So, nun schauen wir uns mal die Schuhe an. Die sind frisch gestrickt. Das sollen die Sterne sein. Das hier, die rot-weißen Streifen. Und wenn das Baby sich dann hinlegt, dann sieht es auch aus wie eine amerikanische Fahne. Ist doch super gemacht. Und auch an der Seite haben wir es rot-weiß-blau. Das ist doch mal witzig.